Hallo liebe Kids! Hier ist wieder euer Dennis von der Kindersportakademie. Heute mit einer neuen Reihe von Schlag den Kieserlehrer. Heute heißt das Spiel rückwärts werfen. Alles was ihr dafür braucht, sind Socken und ein Wäschekorb oder Mülleimer, was ihr auch immer zu Hause habt. Dann zählt ihr vom Wäschekorb drei Meter. Je nachdem wie alt ihr seid, die kleineren können auch nur ein oder zwei Meter nach hinten gehen, aber wir Großen gehen schon drei bis vier Meter nach hinten. Eins, zwei, drei. Dann dreht ihr euch um, ich habe ja schon meine Sockenkiste parat, und versucht rückwärts in den Wäschekorb zu schmeißen. Eins, zwei, drei. Aufpassen. Jawoll, getroffen! Jetzt seid ihr zu Hause gebracht. Viel Spaß! Besonders! Untertitelung. BR 2018